Einer der coolsten Disney-Stars hat seinen größten Auftritt. In Disney's Goofy der Film. Endlich ist Sommer und Goofys Sohn Max hat große Pläne. Ich ruf dich dann an. Doch Goofy schwebt was anderes vor. Wir gehen angeln? Wir werden eine wunderbare Zeit haben. Ich glaube, mir wird schlecht. Die typische Vater-Sohn-Beziehung, die nur im Chaos enden kann. Das ist Bigfoot! Bis Max erkennt, dass sein Daddy total gut drauf ist. Um mit ihm ein Abenteuer voller Spaß zu erleben, holt euch Goofy, Max und ihre witzigen Freunde nach Hause. Ein bisschen Rauchung! Ein Riesenspaß, bei dem es schwer ist, cool zu bleiben. Vor allem, wenn man Goofy als Dad hat. Disney's neuster Hit, Goofy der Film. Demnächst auf Video. Ich hab das Video! Zusätzlich auf der Kassette der superrockige Musikclip Eye to Eye aus dem Soundtrack zu Goofy der Film. Jaaaahhhhhh! I do! Abenteuer!